Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Unser Podcast ist wieder am Start, Backstage und heute in ganz besonderer Formation. Erstmal, mein Name ist Bushido. Mein Name ist Peter Rosberg. Und wir haben noch einen Dritten in dieser Runde. Unglaublich, ich bin ein bisschen aufgeregt, Peter. Erstmal ist es so, dass dieser Podcast noch nie irgendeinen Gast vorher zu Besuch hatte. Und danach auch nie wieder. Wahrscheinlich auch danach wieder gar keiner mehr herkommen wird. Aber wir haben heute mit in der Runde Animus. Was geht ab, Bro? Was geht ab, Jus? Danke für die Einladung. Also natürlich kennt jeder Animus, aber man muss noch mal zusagen, eine der erfolgreichsten Musik-Podcaster Deutschlands. Ja, wir teilen uns, wir kämpfen um die Top 3, sag ich mal. Aber das ist schön. Naja, während du ja schon bei Folge 4922 bist, sind wir erst bei 8. Nein, aber was man auf jeden Fall sagen muss, dass Animus eigentlich der erste Hip-Hop-Rap-Podcaster war, ist. Und das wird ihm auch niemand streitig machen. Er war als erstes da. Er hat das als erstes sozusagen auf die Reihe gebracht. Ich muss dazu sagen, die Idee hatten wir beide schon, also wir hatten schon mal drüber gesprochen. Aber er hat es dann einfach auch als erstes in die Tat umsetzen können. An dieser Stelle erstmal wirklich Respekt, Brody. Dankeschön. Was so gut gemacht. Und ja, jetzt sind wir auch da und jetzt haben wir sozusagen, es ist ungefähr so, als würde ich jetzt hier mit Torch reden. Warum das denn? So der erste, der erste. Der erste, ah, okay. Der erste, der Stunde so, weißt du. Und dann irgendwie kommt so der Newcomer und sagt, hey, yo, was geht ab? Und ja, geil, Alter. Wie ist das für dich, Peter? Ich meine, du hast ja gar keine Ahnung von Musik. Wie ist es so, mit so zwei Rappern hier zu sitzen und nicht zu wissen, was du jetzt eigentlich machen sollst? Ja, für mich ist klar, dass wir nicht über Musik reden. Ah gut, das hast du dich nochmal gut gerettet, Alter. Sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Du bist ja so auch ein bisschen so der Taktangeber, der Tonangeber hier in unserer Runde. Ich bin sehr gespannt, was du so alles auf dem Zettel hast und let's go. Lass uns mal ganz leicht anfangen. Also wirklich, ich freue mich total, dass du da bist. Und ich habe mich gestern vor allem noch mehr gefreut, dass wir uns nach langer Zeit mal wieder gesehen haben. Ja. Warum sind wir eigentlich da, wo wir gerade sind? Also vor allem auch in der Konstellation? Kannst du kurz nochmal, hä, nicht mal ich, wie soll er das verstehen? Ich habe es nicht mal verstanden. Also wenn ich Musa so anschaue, hat er es, glaube ich, schon verstanden. Also ich wollte es eigentlich so dribbeln, dass wir so ein großes Budget haben hier in unserem Podcast, dass wir Musa extra mit einem Privatjet aus Dubai haben einfliegen lassen, damit wir hier dann zusammen den Podcast aufnehmen können. Also an erster Stelle ist es schon mal so, dass wir beide unser Kinderzimmer verlassen durften. Darauf kommen wir auch noch. Ich wollte gerade sagen, Aufenthaltsgenehmigung wurde erteilt. Genau. Also von daher erstmal so grünes Licht. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir hier gerade dabei sind, Trackliste und Tourvorbereitungen sozusagen in die Wege zu leiten. Und da hast du uns praktisch gestalkt und bist dann hier so unvorbereitet reingekommen. Und dann hast du uns erwischt bei unserer Ménage à Trois. Ja, geil, dass ich auch antworte. Ich komme mir vor, ich bin in diesem Bild-Kreuzverhör. So, also auch auf die Gefahr, dass ich mir jetzt gleich Beleidigungen von euch beiden einhole. Und? Ja, kipp. Aber ist ja in den letzten Jahren viel passiert. Wirklich eine Menge. Sowohl Positives als auch vielleicht Negatives oder negative Erfahrungen. Ich frage einfach mal, wir haben ja auch im Vorfeld wirklich untereinander gar nicht gesprochen. Aber könnt oder wollt ihr mal darüber sprechen, was eigentlich bei euch los war? Ja, klar, natürlich kann man darüber sprechen. Also ich denke mal, wäre auch ein cooler Zeitpunkt, weil wir das erste Mal auch wirklich zusammen jetzt an einem Format oder an einem Projekt sozusagen gleichzeitig auch wieder beteiligt sind nach all der Zeit, die wir jetzt auch unser eigenes Ding gemacht haben. Und ja, klar können wir darüber sprechen, auf jeden Fall. Da hast du ein bisschen zögerlich geschauten. Ja, weil ich mir denke, dass das Gute an unserer Freundschaft ist, dass wir eben unsere Probleme nicht öffentlich dreckige Wäsche waschen, auch in der ganzen Zeit. Natürlich sagt man mal, ey, ich bin enttäuscht von dir, ich bin enttäuscht von dir. Aber dann ruft man sich auch an, trifft sich bei einem Baklava mit Eis irgendwo in Dubai, redet, guckt sich ein paar Folgen. Ich will nicht sagen, welche Sendung. Nee, bitte nicht. Ja, okay. Schaut sich so ein bisschen. Nein, das frage ich mich auch noch. Okay, aber das können wir nicht sagen. Daraus werden so zehn Folgen gemacht. Auf jeden Fall, wir schauen uns YouTube-Videos an, wir sprechen uns aus und dann ist auch gut, weißt du. Und das dreckige Wäsche waschen überlassen wir anderen. Deswegen, also von meinem Gefühl her, haben wir das, was für die Öffentlichkeit war, so ein bisschen, ey, ich bin enttäuscht, ich bin enttäuscht, haben wir gesagt. Aber das, was wir privat untereinander geklärt haben, das ist dann auch, finde ich, WLAN-Platz. Ich muss nochmal kurz fragen, weil als du gerade dreckige Wäsche erwähnt hast, hast du so auf mich gezeigt. Hat das einen Grund? Nee, aber du bist ja der Fragsteller. Ach so. In eurem Podcast, richtig? Richtig, richtig. Also du bist ja auch der Grund, warum dann auch überhaupt Fitness entsteht. An mir liegt es ja gar nicht, ich bin ja ein total entspannter Typ. Aber, also ich kann das von Musa, also andersrum, Leute, also Animus heißt Musa mit bürgerlichem Namen. Wir switchen, also ich nenne ihn eigentlich die ganze Zeit Musa und damit ihr wisst, das ist natürlich Animus hier auch gerade die Person, die damit gemeint ist. Ich sehe es ähnlich wie Musa, also guck mal, wir sind erwachsene Menschen, wir sind erwachsene Männer, ja, manche würden uns Männer absprechen wollen, aber lassen wir das jetzt mal kurz beiseite. Also wir sind erwachsene Männer und wir haben uns kennengelernt unter ganz krassen, ungewöhnlichen Umständen. Wir haben wirklich eine intensive und turbulente Zeit gehabt miteinander und es ist ja so wie in jeder ganz normalen zwischenmenschlichen Beziehung. Also man hat ja keine Verpflichtung, dass jede Aktion, jedes Verhalten, jedes Wort immer nur so sein darf, damit der andere damit umgehen kann oder der andere immer das Gefühl hat, boah cool, so ich bin jetzt praktisch nur mit dir befreundet, weil du halt perfekt bist und immer so bist, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, das ist Fakt, dass es so überhaupt eine Illusion ist, dass Menschen so miteinander umgehen. Ich denke mal, die große Herausforderung liegt eigentlich dann darin, dass wenn mal Situationen entstehen, wo man der eine vom anderen enttäuscht, abgefuckt, provoziert, egal was, wie man das halt nennen möchte. Wenn man in so eine Situation kommt, glaube ich, geht es dann echt darum, wie reagiert man auf diese Situation und wie geht man damit um und wie kommt man eventuell auch wieder daraus, aus dieser Situation auch wieder heraus. So, dass er natürlich auch dann Momente hatte, in denen er gesagt hat, ey, weißt du was, ich bin abgefuckt von Bushido, ist ja völlig in Ordnung, ist ja ein gutes Recht. Ich dann ja auch gesagt habe, ey, weißt du was, ich finde das krass, ich bin irgendwie enttäuscht von Musa, das ist ja auch erstmal in Ordnung, das sind ja unsere Wahrnehmungen. Und dann ist ja genau das passiert, was Musa gerade angedeutet hat. Wir haben uns dann letztlich nicht in der Öffentlichkeit ausgezogen und haben dann irgendwie so getan, als würden wir uns jetzt irgendwie so mit Kacke bewerfen, beschmieren oder so. Wir haben uns getroffen, wir haben auch akzeptiert, dass der andere natürlich, weil wir auch Personen der Öffentlichkeit sind, dass wir natürlich auch die Aufgabe haben und die Verpflichtung haben, auch einen gewissen Schritt in die Öffentlichkeit zu tun. Vielleicht dann auch die eigene Enttäuschung, da auch kundzutun. Das, was wichtig war und letztendlich dazu geführt hat, dass wir ein sehr respektables und auch wirklich ein cooles Miteinander haben, ohne dass einer dem anderen den Arsch kriecht oder irgendwie so abhängig ist von irgendjemandem. Wir haben auch Zeiten, glaube ich, Wochen auch gehabt, wo wir uns gar nicht gesehen und gehört haben, ohne dass wir das Gefühl hatten, dass wir nicht cool miteinander sind. Und wir haben das alles persönlich geklärt. Für mich sind alle Missverständnisse ausgeräumt. Ich habe von Musa gehört, was ihn auch an mir gestört hat. Ich konnte das nachvollziehen, konnte das auch aus der Welt schaffen, weil ich eben nicht so, nee, das stimmt nicht, was willst du von mir, du Wichser, und du bist der Penner. Nee, überhaupt nicht so. Ich habe das so ertragen wie ein Mann, habe mir die Kritik auch zu Herzen genommen, habe genauso die Kritik auch zurückgegeben. Weißt du, Musa hat das auch mit Verständnis aufgenommen. Und dann sind wir auch erstmal auseinandergegangen. Wir haben erstmal alles geklärt, alles war cool und hatten dann aber auch schon lange keinen Kontakt gehabt, obwohl wir beide in derselben Stadt leben. Wir leben praktisch fast in der Nachbarschaft so miteinander, aber trotzdem sind wir halt, wie gesagt, unabhängige Männer, die ihre eigenen Aufgaben haben. Und jetzt kam es ja so, es war, ich will jetzt nicht sagen Schicksal, aber jetzt hat sich eine Situation ergeben, die letztlich auch nicht vorhersehbar war. Ja, also alles, was jetzt hier auch so Tour betrifft und sowas alles. Und das war ja vor zwei Wochen noch gar nicht irgendwie ein Riesenthema. Ja, und dann lag es eigentlich relativ nah, dass wir beide miteinander sprechen und dann natürlich auch miteinander vereinbart haben, dass wir gemeinsam auf Tour gehen werden, wir gemeinsam die Show spielen werden. Und all das, was wir auch gemeinsam an Musik haben, auch den Leuten präsentieren wollen. Musa ist ein begnadeter Rapper. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist indiskutabel, Punkt. Der ist technisch gut. Ich brauche jemanden auf der Bühne, der eine Show tragen kann. Ich kann niemanden auf der Bühne gebrauchen, dem Knie weich werden, dem das Mikrofon aus der Hand fällt, dem plötzlich die Luft ausgeht beim Rappen. Und das ist Musa definitiv nicht. Und A, sind wir Freunde, wir haben Kontakt miteinander, aber auch in Dingen, die nichts mit der Musik zu tun haben. Und deswegen war das für mich auf jeden Fall so der erste Gedanke, dass ich gesagt habe, boah, mit wem gehe ich auf Tour? Boah, ich würde eigentlich gerne mit Musa auf Tour gehen. Und er hat dann auch gesagt, klar, Budi, ich bin dabei. Wir haben gecheckt, ob wir in den Zeiten oder ob er halt auch Zeit hat, weil er hat auch noch andere Sachen zu tun. Und wirklich cool, dass es so funktioniert hat, dass wir wirklich in dieser Zeit auch beide am Start sind. Und ja, und dann lag es sehr nahe, dass wir das jetzt gemeinsam durchziehen werden. In unserer vorletzten Folge haben wir ja ein bisschen über diese letzten Jahre auch gesprochen. Und wer sozusagen auch an deiner Seite auch privat, aber auch musikalisch vor allem war, damit es auch wieder dahin kam, wo es jetzt ist. Ich habe mal wieder in meine DMs geschaut bei Instagram und habe eine Nachricht bekommen. Das fand ich eine sehr nette Nachricht. Peter, mach diese Postfachgeschichten nicht auf, Alter. Du kannst nur verlieren, Alter. Nein, warte doch mal. Es war wirklich eine sehr nette Nachricht eines Hörers, der gesagt hat, was ist mit Musa? Also warum habt ihr in dieser Folge Musa nicht erwähnt? Also es war an mich auch gerichtet. Warum hast du auch Musa nicht erwähnt oder warum hast du nicht Musa auch nach Musa gefragt? Und irgendwie, ja, auch völlig zu Recht, weil ich will auch gleich noch ein paar Situationen, die ich im Kopf habe aus diesen Zeiten, vielleicht nochmal kurz erwähnen, aber in der Tat. Also Musa muss man ja schon dann auch sagen. Nicht nur, weil du jetzt hier sitzt. Ja. War ja wirklich dann auch einer der wenigen Musiker. Auf jeden Fall. Und man kann ihm auch nicht vorwerfen, dass er so ein Opportunist gewesen ist, weil er war auch in einer Zeit an meiner Seite, an unserer Seite. Er war viel bei mir zu Hause. Er hat meine Familie kennengelernt. Und komischerweise also diese schweren Schicksalsschläge auch, die gar nichts mit Musik oder mit dem Geschäft zu tun hatten. Da war ich immer Musa mit dabei. Also ich weiß noch, damals in Dubai, als diese starken Blutungen meiner Frau anfingen, da war Musa mit am Essenstisch. Als ich dann in Berlin war und die Fruchtblase meiner Frau geplatzt ist und wir mit dem Krankenwagen in die Charité gefahren sind, war Musa bei mir zu Hause. Also er war auch in diesen Teilen immer wie so ein, also in diesen Zeiten auch irgendwie so ein Teil der Familie so. Und ich habe ihn halt auch vielleicht gar nicht so als Musiker an meiner Seite gesehen, sondern wirklich schon echt als Kumpel, als Freund, als Wegbegleiter, der natürlich auch eine Menge abbekommen hat. Und genau, das ist auch, das wundert mich jetzt auch, wo du sagst, dass wir ihn jetzt praktisch nicht so explizit erwähnt hatten. Also es gibt gar keinen Grund dafür. Also weder, ich denke mal, weder du noch ich haben so getan nach Motto, ja, wir müssen jetzt Musa da irgendwie so zensieren oder so. Ja, gut, dass du das jetzt nochmal erwähnst, aber... Dass ich in meinen Postfach geschaufe. Ja, du bist der Einzige von uns, der sich noch traut, in seinen Postfach zu gucken. Ich schon. Aber ist doch schön, dass zufällig jetzt praktisch eine ein oder zwei Folgen später, dann hat Alfa Musa auch völlig spontan jetzt in unserem Podcast sitzt und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Und ja, es ist halt auch einfach so ein Ding. Also er ist jemand, der an meiner Seite gewesen ist, definitiv. Er ist aber auch jemand, der auch immer seine eigene Meinung vertreten darf, wie gesagt. Und auch selbst in diesen Situationen kommt es vor, dass der eine das nicht so sieht wie der andere. Man ist ja auch hitzköpfig und so. Und dann tut man so, als würde man irgendwie vier Monate irgendwie den anderen nicht mehr sehen wollen. Aber ich denke mal, letztendlich hat uns auch die Vernunft wieder zusammengeführt. Und das war ja auch immer total angenehm. Und ich glaube auch, bevor wir jetzt auch über Musik gesprochen haben, darüber gesprochen haben, dass wir beide die Tour zusammen spielen werden. Also ich glaube, wir haben Monate oder fast ein Jahr miteinander irgendwie zu tun gehabt, ohne dass wir auch nur den Rap ausgesprochen haben, so dieses Wort. Und haben uns auf jeden Fall eine schöne Zeit gemacht, Nohomo. Nohomo, ja. Das würde mich jetzt echt sehr interessieren, vielleicht auch mal mit so ein bisschen Abstand und Rückblick, als ihr beiden damals angefangen habt. Ich glaube, New York war der erste Ort, an dem ich mich getroffen habe. Dann bist du in den Urlaub nachgeflogen. Ja. Familienurlaub, Seychellen war das, glaube ich. Es war ja so ein bisschen, also Run and Gun, ihr beide gegen den Rest der Hip-Hop-Welt. So ein bisschen von Anfang an. Also du warst, Tiefpunkt muss man ja sagen, es waren alle weg, mit denen du vorher Musik gemacht hattest. Bei mir war auch nicht gerade Party im Karton. Bei dir war auch nicht gerade Party, ja. Ja, bloß von nebenbei. So ein bisschen böse könnte man ja sagen, vielleicht am Anfang eine Zweckgemeinschaft. Da finden sich zwei, so könnte man es interpretieren. Da wurde ja schnell deutlich mehr. Das hat man ja immer mitbekommen, wenn man euch gesehen hat. Aber wenn du das so im Rückblick mal diese Zeit auch betrachtest, wie anstrengend und auch wie vielleicht energieraumend war das, so diesen gemeinsamen Kampf auch wirklich teilweise ja gegen eine ganze Szene zu führen. Das meine ich ganz ernsthaft. Das Lustige ist, ich habe mich irgendwie vor zwei, drei Tagen mit einem Kumpel unterhalten, den ich auch lange nicht gesehen hatte. Und es ist oft so, wenn ich Freunde lange nicht sehe, das Erste, was sie fragen, ey, wie war das mit Bushido und wie ist er wirklich und so. Die haben halt diese Fragen. Und er hat mir am Ende, nachdem ich ihm so alles so erzählt habe, hat er zu mir gesagt, ja, aber dann kann man eigentlich schon sagen, dass Bushido so, dass du ihm viel verdankst durch dieses CCN4-Album. Und da habe ich gesagt, ja, 100 Prozent. Und das habe ich aber auch in meinem Podcast nie geleugnet. Das habe ich nie irgendwo öffentlich. Den Teil habe ich ja nie geleugnet. Und das muss man sagen, ganz ehrlich, die Szene selbst, dadurch, dass ich so einen Hass entwickelt habe, auf dieses Ganze, ich schwöre und komme an den Tisch und mein Onkel und dein Wort hat auf der Straße kein Gewicht und du bist kein Löwe. Dadurch, dass ich so einen Hass hatte, hatten wir eigentlich die lustigste Zeit überhaupt, bis die Schwangerschaft quasi war der Drillinge. Also davor, Bangkok, wir haben uns totgelacht, Rom. Und wo ich das coole Bild von dir geschossen habe. Ja, danke übrigens. Ja, danke, gerne, Bro. Wenn du Fotoshooting brauchst, sag Bescheid. Auf jeden Fall. Das war, da waren ja auch Gorex und Alex dabei, das war die beste Zeit überhaupt. Wir haben gut gegessen. Du warst ja auch in Rom dabei. Wir haben gut gegessen. Wir haben Spaß gehabt. Wir haben Mucke gemacht. Und dieses Rap-Ding nie so an uns herangelassen. Und natürlich war in Berlin scheiße, weil du kommst an die Besuche und da sind einfach zehn Polizisten und einer steht immer im Garten. 24 Stunden, du guckst aus dem Fenster raus, da steht so ein Dude bewaffnet im Garten und so, wenn du irgendwo hinfahren willst. Das war immer scheiße, aber dieses gegen die Szene war halt, ey, wir haben immer unsere Meinung vertreten. Und das, was ich gesagt habe, habe ich ja bis heute durchgezogen. Dass die Familie anzugreifen ein No-Go ist, dass du, wenn du es mit einem Mann nicht aufnehmen kannst und dann auf seine Familie gehst, ist ein No-Go. Und das weg von der Straße zu gehen, in Richtung Polizei, wenn die eine Grenze überschreiten, das auch völlig normal ist. Und ich bin ehrlich, irgendwie haben wir auch geschafft, das Salonfähiger zu machen in der Szene. Bushido natürlich als Vorreiter, der aber auch reingekackt hat, weil er die reingeholt hat. Also er hat die Suppe uns eingebrockt und auch wieder ausgelöffelt, kann man so sagen. Und bei mir war das dieses Fick die Straße und alles. Wurden wir auch am Anfang belächelt. Und dann kamen immer nach und nach Leute, denen das selber passiert ist. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr so verwerflich zu sagen, ey, ich rufe die Polizei, wenn ihr in meine Familie geht, wenn ihr eine Grenze überschreitet, so ist das ganz normal. Und mich hat einfach nur abgefragt, dass die Leute im Hass gegen Bushido irgendwann angefangen haben, selber zu Unterdrückern zu werden. Weißt du, die Unterdrückten wurden irgendwann zu den Unterdrückern. Die haben irgendwann die Schwelle, ja, du hast damals kein Feature mit mir gemacht, deswegen ist es okay, über deine Kinder zu reden. Oder keine Ahnung was, weißt du, weil er damals uns abgemahnt hat, weil wir sein Album runtergeladen haben, dürfen wir jetzt über seine Kinder herziehen oder keine Ahnung was. Und das hat mich immer abgefragt, aber das ist mein Gerechtigkeitsgefühl. Das ist ein ganz normales Gerechtigkeitsgefühl. Wenn Bushido morgen gesagt hätte, was er nicht tun würde, aber ey, die Kinder von Manuelsen oder keine Ahnung wem, so würde über die anfangen reden, so würde ich auch sagen, Bruder, lass mal so, weißt du, das geht so. Weil würden wir gar nicht, weil wir nicht so hängen geblieben sind. Und ich wünsche auch jedem von diesen Trotteln, dass die irgendwann wegkommen von der Straße, so. Aber die Zeit war die beste. Also wie gesagt, durch das ZZN4-Geld konnte ich meine Eltern absichern, für den Rest des Lebens sind die mietfrei. So, ob ich das alleine mit meinem Laden geschafft hätte in zehn Jahren, in fünf Jahren, in drei Jahren, bleibt mal da. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Vielleicht hat es auch nie geklappt, weil wann hast du schon mal so viel Geld einfach zur Verfügung? Gerade danach kam Corona, diese ganze Zeit. Dafür bin ich ihm immer dankbar, so. Und die Zeit aber, wie hatten die Leute denken, wir waren so, das ist doch dieses Narrativ, Bushido sitzt in einer Bude in Spandau. Oder Animus und Bushido verstecken sich im Exil. Ey, habt ihr dieses Exil mal, dieses Versteck mal gesehen, so. Und dieses gegen den Rest der Welt ist halt wirklich nur auf die Rap-Szene. Und ich bin ehrlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass die Tour so krass knallt. Aber ich wusste immer, Bushido ist Bushido. Und das haben ja auch alle Leute auf der Straße, weißt du, wenn du irgendwo essen gehst oder so, haben mir immer gesagt, ey Bushido krass und boah und so. Nur eine Zeit lang war es uncool für diese Rap-Toilette, es öffentlich zu sagen. Und jetzt ist es halt wieder cool, es öffentlich zu sagen. Und jetzt ist es wieder cool zu sagen, ey, ich gehe zur Polizei, wenn er in meine Familie geht. Ja, warum? Jetzt sind endlich auch mal andere Rapper Millionäre geworden. Weißt du, wenn der Rapper aus der Toilette irgendwo im Ruhrpott so 5 Euro auf dem Konto hat, natürlich hängt er mit der Straße ab, weil die wollen auch nichts von ihm. Außer, Brudi, kannst du mal teilen, hier mein Newcomer. Oder Bruder, kommst du mal in die Shisha-Bar, vier Fotos machen. Verdien mal 2 Millionen, verdien mal 5 Millionen, verdien mal 50 Millionen und dann will ich sehen, ob die immer noch deine Brüder sind. Und es gibt keinen einzigen Rapper, der auf dieses Level gekommen ist, der nicht irgendwann Konflikte hatte, zur Polizei gegangen ist, weil das die Natur der Straße ist so. Das heißt, unser Kampf war eher Gerechtigkeit so und einfach den Leuten, vor allem den Kids beizubringen, wenn jemand an deine Familie geht, es gibt keine Ehre auf der Straße. Ich habe was mit dir zu klären, Peter, ob wir uns einigen oder nicht, wir gehen zum Anwalt und das war's. Und vielleicht laufen wir uns über den Weg und schreien uns mal an oder keine Ahnung was. Okay, aber ich würde niemals sagen, Peter, gib mir nicht, was er will, wo geht seine Frau einkaufen? Wo gehen seine Kinder in den Kindergarten? Wie kann ich ihn dort treffen, wo es ihm wehtut, weißt du? Und 90 Prozent deiner Gegner, die auf dieses Level gehen, haben selber keine Kinder, haben keine Frau oder irgendwas. Das muss man auch sagen, obwohl die im selben Alter sind und so. Und das hat mich einfach abgefragt. Das heißt, ehrlich gesagt, die Zeit, die wir hatten, war die beste. Wir haben uns kaputt gelacht, wir haben Spaß gehabt. Berlin, Deutschland, auch Heidelberg, ich habe irgendwo in den Bergen eine Wohnung gehabt. Jetzt nicht in den Bergen wie so ein Ölmensch, aber halt nicht zentral so. Das heißt, ich hatte auch immer meine Ruhe gehabt, aber es war immer, wer auch Anis kennt, ich meine, du hängst ja jetzt auch ein bisschen mit dir immer ab, man lacht sehr viel. Aber die Scheiße war halt so. Geht's auch noch. Ja, okay, ich lache viel. Aber sobald du nach Berlin gekommen bist, Abturn, Bruder. So eine graue Wolke war über dieser Villa und egal wie groß und schön die war, an diesen Polizisten vorbeilaufen zu müssen. Jedes Mal diese zwei gepanzerten Autos zu sehen, wenn wir nur Chevape essen gehen wollen oder keine Ahnung was. Das war halt der Abturn. Das war der Kampf. Und dann die Drillinge, weil das war auch kein Spaß. Und das habe ich auch den Leuten gesagt. Ich sage, Leute, seid ihr krank? Okay, ihr mögt jemanden nicht. Wegen was auch immer so. Ihr seid alle die Ehrenmänner, wir sind die Hunde. Alles klar, aber da ist eine schwangere Frau, die so eine schwere Phase durchmacht. Und ihr sagt, ja, das ist nur ein Promo, wenn ein Kind im Sterben liegt oder fahren halt vor die Haustüre nach dem District, wenn die Frau im Krankenhaus liegt und alles drum und dran. Und so Sachen gingen irgendwann zu weit. Das habe ich auch öffentlich mal gesagt. Auch an beide Parteien gerichtet. Ich habe gesagt, ey, Leute, haben wir nicht beide übertrieben? Lasst hier mal einen Punkt machen. Aber für die anderen gab es anscheinend keine Grenze so. Und das heißt, der Kampf damals, Bruder, das war die beste Zeit. Wie gesagt, als ich auf den Seychellen angekommen bin, ich habe meine Kohle direkt, wir haben auch nie wegen Geld gestritten, muss man auch hier sagen. Ich habe direkt mein Geld überwiesen gekriegt, habe meine Eltern abgesafed und danach war, ey, wenn ich morgen vom Zug überfahren werde, mir scheißegal. Ich habe so mein Ziel erreicht, was glaube ich jeder Junge hat, seine Eltern irgendwann abzusichern. Und danach war nur noch Gaudi. Urlaub, chillen, mit Gorex in Bangkok, in Toilette-Dings-Setup aufbauen und den Kleiderschrank rappen und so. Und das war echt, also die Zeit war super. Ja. Über eine Zeit will ich auch gleich nochmal sprechen, das ist Paris. Ich glaube, die war anders. Da war weniger, das hat man ja ganz deutlich gemeint, weniger Spaß oder weniger diese Freude wie Thailand oder Rom auch. Ich glaube, die war anders. Ich glaube, die war anders. Ich glaube, die war anders. Vielen Dank.